Was für ein Mann sollte es denn sein? Er sollte vor allem gut aussehen. Mit schönen Augen. Hoppla, da bin ich. Wer sind Sie? Nur ein ganz normaler, geiler, kleiner Teufel. Komm, wir machen Musik. Wirst du mich auch noch verführen? Was glauben Sie denn, was in dem Haus da vorgeht? Ich fühle es genau. Das Böse ist ihr. Du darfst mit deinen Kräften keine Menschen verletzen. Ich will nicht mit dir reden. Ich will dich nicht sehen. Du bist mir untreu geworden. Ich verlange etwas Respekt. Zur Abwechslung möchte ich, dass sich endlich jemand für mich interessiert. Traum, ein Fehler? Oder hat er sich über uns lustig gemacht? Mit Absicht! Jack Nicholson, Cher, Susan Surrendon, Michelle Feiler. Die Hexen von Eastwick.